Meghan Markle und Prinz Harry erfuhren Berichten zufolge im Fernsehen von der Krebsdiagnose von Prinzessin Kate, und zwar nicht vor ihrer bewegenden Videoansprache, die am Freitag veröffentlicht wurde. Berichten zufolge hätten Prinz Harry und Meghan Markle im Fernsehen von der Krebsdiagnose von Prinzessin Kate erfahren. Das Paar, das keine hochrangigen Royals mehr ist, wurde vor der Ausstrahlung ihrer Videobotschaft offenbar nicht über Kates Gesundheitszustand informiert. Ein königlicher Experte behauptete, dies sei auf mangelndes Vertrauen in das Paar zurückzuführen. Mehrere Quellen bestätigen, dass es keine derartigen Gespräche gab und es wird angenommen, dass Harry zeitgleich mit der Öffentlichkeit im Fernsehen von Kates Diagnose erfahren hat, berichtete die Times. Nach Kates Ankündigung schickten Prinz Harry und Meghan Markle schnell eine kurze, freundliche Unterstützungsbotschaft. Darin stand, wir wünschen Kate und der Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Frieden tun können. Im Anschluss an ihre Nachricht sagte ein PR-Experte gegenüber The Mirror, dass die Geschwindigkeit, mit der Harry und Meghan ihre unterstützende Nachricht verschickten, ein gutes Zeichen sei. Ryan McCormick sagte, die Geschwindigkeit, mit der es herauskam, ist positiv. Er fügte hinzu, der Ernst dieser Situation könnte so groß sein, dass sie lang gehegte Beschwerden dahin schmelzen könnte. Ja, Meghan und Harry haben ihre Fehler. Aber Familie ist Familie. Ihre Fähde könnte sehr gut sofort enden. Prinz Harry und Meghan haben mit William und Kate Kontakt aufgenommen, nachdem sie von Kates Gesundheitsnachrichten erfahren hatten, berichtete Chris Schipp von ITV. Chris Schipp teilte in den sozialen Medien mit. Prinz Harry hat sich an seinen Bruder, Prinz William, gewandt, nachdem er von Kates Krebs erfahren hatte. Prinz Harry hat sich an seinen Bruder, ähm, genau zu machen. Prinz. 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 Prinz.